Ehemaliger geheimer Atomschutzbunker der ungarischen Regierung. Jahrzehnte wurde dieser Atombunker im Geheimen gehalten. Im Kalten Krieg wurde diese Anlage für hochrangige Funktionäre der Regierung 365 Tage im Jahr einsatzbereit gehalten. Heute ist dieses Objekt ein Museum und alles wurde so hergerichtet wie zur damaligen Zeit, als dieser Atombunker noch einsatzbereit gehalten wurde. Solltet ihr mal in Ungarn sein, dann empfehle ich euch diesen Geheimtipp zu besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017